Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update bei Scalable Capital. Und wer mich länger verfolgt, weiß ja, ich nutze dieses Depot hier als mein ETF-Depot. Hier bespare ich drei ETFs insgesamt. Und heute, am 1. November, wurden die Sparpläne wieder ausgeführt. Und ich wollte euch nochmal kurz ein Update geben. Ja, vorab sei natürlich wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist wenn dann immer meine persönliche Meinung. Und falls ihr in eine Aktie oder in einen ETF investieren möchtet, dann informiert euch bitte immer selbst und investiert auch nur immer das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder Sonstiges benötigt. Ja, insgesamt ist mein Depot hier 542 Euro und 48 Cent gerade wert. Ich nutze den Free Broker. Da kann man sich ja noch andere Versionen quasi aussuchen. Aber ich habe jetzt den genommen, bespare hier monatlich insgesamt 105 Euro. Also 35 Euro pro ETF fließt hier rein. Und falls ihr überlegt, euch auch ein Depot bei Scalable Capital anzulegen, dann könnt ihr das auch gerne über den Link in der Infobox machen. Damit unterstützt ihr mich so ein bisschen. Und das fände ich wirklich ganz cool. Gucken wir uns erst mal an, wie die einzelnen Werte so performt haben hier jetzt im letzten Monat. Ich habe hier an erster Stelle den MSCI Emerging Markets. Ich denke, dazu muss ich nicht mehr so viel sagen. Die Performance nach einem Jahr hier 20% plus gemacht. Die letzten sechs Monate nur ein kleines Plus von 0,19%. Der letzte Monat lief relativ gut. Also man sieht es hier, war es auch schon mal so bei 32 Euro. Letztlich 1,22%, nur 38 Cent. Das ist für einen Monat aber auch wohl echt ganz gut. Die letzte Woche können wir uns auch mal angucken. Da ging es ordentlich nach unten. 1,19% hier im Minus. Und ja gut, jetzt erkennt man natürlich noch nicht so viel. Also wir sehen hier Freitag geschlossen bei 31,28 Euro. Und heute hier gestartet bei 31,19 Euro circa. Ja, wurde auch wieder jetzt ausgeführt. Ihr seht, hier ist nochmal 35 Euro pro Monat bespare ich hier. Und seit dem Kauf bin ich mit diesem ETF, also ich bespare den seit Juli, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und insgesamt bin ich hier noch mit 39 Cent im Minus tatsächlich. Ja, gucken wir uns den zweiten ETF an. Das ist vielleicht einer, den nicht so viele kennen, den Luxor Robotics and AI. Natürlich, ja, risikoreicher, sage ich mal. Also 72% ist dort in der Branche IT investiert, 6,66% im Gesundheitswesen. Und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall oder sind das auf jeden Fall Themen. Robotik und ja, sowas, was halt in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte. Wie gesagt, das ist alles nur meine persönliche Meinung. Ja, die Jahresperformance sieht hier wunderbar aus. 48,64% oder 11,84 Euro ging es hier nach oben. Die letzten sechs Monate dann ein Plus von 15,38% oder 4,82 Euro. Der letzte Monat sieht auch extrem stark aus mit 6,66% oder 2,26 Euro. Die letzte Woche ging erst ein bisschen nach unten hier, hat sich dann aber nochmal gefangen. Letztlich ein Plus von 2,11%. Und wenn wir sehen, hier Freitag geschlossen bei 36 Euro und heute hier gestartet bei 36,14 Euro. Ein bisschen darüber, aber fängt schon mal gut an die Woche und der neue Monat. Und auch hier seht ihr, ich bespare die monatlich mit 35 Euro und bin hier insgesamt, ja, 8,17 Euro im Plus oder 5,84% und halte hier insgesamt vier Anteile. Also läuft auf jeden Fall schon mal gut nach diesen paar Monaten, sag ich mal, ja, freut mich das natürlich extrem. Ja, der letzte ETF, den ich hier bespare, ist ein wirklich sehr klassischer, auch wieder der MSCI World. Und auch hier gucken wir uns mal an, wie der so performt hat in letzter Zeit oder jetzt im letzten Jahr. Ja, denn das letzte Jahr lief richtig gut, auch hier 41,97% Plus gemacht. Die Maximalansicht ist auch extrem krass, wenn man sich das mal anguckt. Also wir sehen hier beispielsweise die Pandemie. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt schon längst wieder aufgeholt, was hier war. Wie gesagt, das letzte Jahr lief fantastisch. Die letzten sechs Monate 13,71% oder 10 Euro. Dann ein Monat oder der letzte Monat hier 5 Euro im Plus oder 6,45%. Die letzte Woche 1,93% oder 1,58 Euro. Und ja, wir sehen auch hier, fängt die Woche auf jeden Fall schon mal gut an. Freitag geschlossen bei 83 Euro und jetzt schon bei 83,23 Euro gestartet. Und auch hier seht ihr, ich bespare den monatlich mit 35 Euro. Seit Kauf hier 8,70 Euro absolut im Plus. Und relativ gesehen macht das 6,23% aus. Und ich halte hier 1,783 Anteile. Ja, jetzt gucken wir uns auch noch mal letztlich meine Jahresansicht an. Beziehungsweise Jahresansicht kann man ja gar nicht so richtig sagen. Dazu klicke ich hier oben, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wahrscheinlich eher nicht, klicke ich auf diesen Chart drauf. Dann kommt man hier auf die Ansicht vom eigenen Depot. Und wir sehen hier, meine maximale Ansicht sieht folgendermaßen aus. Seit Beginn bin ich 16,60 Euro im Plus. Also wir sehen es hier, das letzte Jahr. Ich bespare den ja erst seit, man kann es hier genau sehen, ja seit Juli. Dann die letzten 6 Monate natürlich auch. Dementsprechend die letzten 3 Monate sogar 17,23 Euro plus gemacht. Der letzte Monat lief auch fantastisch, hier 20,79 Euro. Die letzte Woche 4,22 Euro plus und heute schon ein Plus von 1,39 Euro. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles langfristig. Die werde ich immer besparen. Sofern ich mehr Geld zur Verfügung habe, werde ich die auch höher besparen. Und die werde ich nicht anfassen, nicht verkaufen. Jetzt in nächster Zeit oder sonstiges. Ja, hier sieht man auch nochmal, wie viel mein Portfolio wert ist. Quasi 542 Euro nämlich. Das ist jetzt natürlich extrem gestiegen, da ich hier das natürlich wieder neu bespart habe. Und klickt man hier auf die 6-Monats-Ansicht beispielsweise, dann sieht man das hier ganz gut. Ich bespare halt immer am Anfang des Monats. Und dort fließen dann immer 105 Euro weiter da rein. Ja, ich würde sagen, das war es auch schon von dem kurzen Depot-Update. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so monatlich bespart an ETFs. Das würde mich natürlich auch interessieren. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mich extrem freuen. Lasst dem Video eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann.